Wir sind das Team Berlin. Wir sind ein Zusammenschluss aus Berliner Vereinen. Das ist einmal der BSV Friesen, der TUS Neukölln, der SCC, die Weltraumjogger und der TVB 09. Wir betreiben den Sport Triathlon. Für alle, die das nicht kennen, das ist erst schwimmen, dann Radfahren und dann Laufen. Und wir sind so ziemlich in jeder Liga vertreten, wo wir vertreten sein können. Das heißt in der ersten Bundesliga, in der zweiten und aber auch in der Regionalliga. Letztes Jahr war sehr erfolgreich für uns. Das erfolgreichste Jahr, was wir jemals hatten. Das heißt in der ersten Bundesliga bei den Frauen haben wir den zweiten Platz erreicht. Bei den Männern waren wir auf dem dritten Platz. Und in der deutschen Meisterschaft im Relay-Rennen, das ist eine Art Staffelformat, konnten wir den dritten Platz erreichen. In der zweiten Bundesliga waren wir bei den Frauen auf dem fünften Platz, bei den Männern auf dem dritten. Und in der Regionalliga haben die Frauen gewonnen und die Männer auch. Was uns besonders auszeichnet, ist, dass wir einfach alle super Bock auf den Sport haben, dass wir sehr, sehr vielfältig sind, weil wir super erfolgreich sind, weil wir super geil sind als Team einfach zusammen und sehr viel Spaß versprühen.